liebe zuschauerinnen und zuschauer herzlich willkommen zu einem neuen video zusammen mit mir ich bin felix der weise eine information schon einmal vorab in diesem video werden sehr viele persönliche gedanken sowie spekulationen geäußert das heißt alles was hier geäußert wird das kann vielleicht so kommen das muss aber nicht so kommen ich möchte heute einmal eine sehr steile these aufstellen und zwar geht es um die neue strecke vom deutschen entwickler tsk train sim germany die wurde ja nun offiziell mit der road map vom oktober 2024 für tsw 5 angekündigt es gab vorher schon ankündigungen in verschiedenen interviews auf der gamescom nun steht sie auch offiziell auf der road map und soll innerhalb der nächsten drei monate hoffentlich noch vor weihnachten 2024 veröffentlicht werden und meine these ist dass wir diese strecke möglicherweise schon lange kennen dass diese strecke vom entwickler selbst sowie vom publisher dtg schon lange geleakt wurde und wir haben nur den wald vor lauter bäumen nicht gesehen doch lasst uns mal darüber sprechen wie ich persönlich zu dieser these komme und ich bin auch sehr gespannt über eure meinungen dazu train sim germany also tsg veröffentlichte seine erste tsw strecke im jahr 2023 damals ging es auf die nittertalbahn im bundesland hessen und über 32 kilometer von bad philbel aus bis nach klauburg stockheim angesiedelt ist diese strecke im jahr 1992 mit dieser strecke zusammen gibt es auch die baureihe 628 in der damals passenden lackierung sowie für den güterverkehr die baureihe 365 die nittertalbahn war damals mit 32 kilometern schon eine der kürzeren strecken aber konnte von ihrem detailreichtum so überzeugen dass es damals keinerlei große kritik an der preisgestaltung gab denn sie war wie schon erwähnt deutlich kürzer als alle anderen strecken hatte aber den selben preis doch dem entwickler tsg gelang es trotzdem durch eine hervorragende liebe zum detail eine wunderschöne nebenstrecke zu bauen und damit konnte die community begeistert werden denn hier gibt es so viele extras zu entdecken für viele gilt die nittertalbahn noch heute als die schönste strecke doch haben wir auf der nittertalbahn möglicherweise schon lange einen leak auf eine neue strecke gesehen dafür solltet ihr euch einfach mal das mitgelieferte szenario zurück in die zukunft anschauen ja ein eigentlich relativ witziges bis leicht gruseliges szenario denn ihr seid dort mit der lokomotive baureihe 365 unterwegs und müsst mysteriösen erscheinungen nachgehen und da tauchen unter anderem auf einmal auf dieser strecke im dichten nebel auf einmal neuere signale auf und das ganze war etwas witzig außerdem gab es ja auch auf der nüttertalbahn einen postkasten mit der aufschrift nächster halt baden-württemberg ja das wurde alles vom entwickler gesagt nein das war wirklich nur ein joke ja nun wurde offiziell von dtg die erste strecke in baden-württemberg angekündigt von mannheim nach kaiserslautern wobei sie ja nur ein kurzes stück durch baden-württemberg führt ein sehr minimales stück aber interessanter hier sind die signale hierzu müssen wir wissen dass die nüttertalbahn hier im spiel im jahr 1992 angesiedelt war damals standen auf der strecke wir im hintergrund seht noch formssignale und die strecke allgemein hatte wirklich damals noch den typischen charakter einer nebenbahn im jahr 2007 wurde die strecke dann grundsaniert und so zum beispiel auch von der höchstgeschwindigkeit von 60 auf wurde die wurde dann auf 80 erhöht die höchstgeschwindigkeit natürlich gab es auch ein elektronisches stellwerk was eingerichtet wurde und auch neue signale also die formssignale sind dort meines wissens nicht mehr und dann ist natürlich die frage ist vielleicht eine neue version der nüttertalbahn geplant die hier möglicherweise schon in diesem szenario geleakt wurde dass es noch einmal eine neue version der nüttertalbahn geben wird die sagen wir mal 20 jahre später angesiedelt ist also nicht mehr 1992 sondern 2012 es würde einiges dafür sprechen dass wir noch mal mit einer neuen nüttertalbahn rechnen können zum einen gibt es ja bereits in tsw das passende fahrzeug was mittlerweile dort verkehrt der die zero classic also die baureihe 642 dieser ist dort in zwei und dreifach traktion unterwegs außerdem ist im jahr 2012 noch die baureihe 218 dort unterwegs gewesen mit doppelstockwagen auch ein zug der von tsg stammt und natürlich dann auf die 2012 version dieser strecke ohne probleme passen würde also eine nüttertalbahn 2.0 was haltet ihr davon ja es klingt natürlich erst einmal nach einer modernisierten strecke aber ich gehe mit meiner these noch ein stück weiter ich rede nicht von einer modernisierten strecke sondern gehe mit der these so weit dass ich sage wir sprechen hier eventuell über eine erweiterte nüttertalbahn und zwar um eine erweiterung von der strecke die nüttertalbahn bleibt klassisch erhalten um die ihre 32 kilometer zwischen bad philbel und klauburg stockheim und zusätzlich kommt der abschnitt von friedberg in hessen bis nach frankfurter main dazu wie komme ich zu dieser schrägen these ganz einfach entwickler tsg arbeitet ja auch an einer baureihe 420 hier taucht da auch ein teaser auf und zwar wenn ihr die fahrplanebenen zur nüttertalbahn aufruft das kann aber auch nichts zu bedeuten haben da geht es einfach nur darum welche da geht es ja nicht nur darum welche züge ihr da fahren könnt sondern welche auch als ki zu sehen sein sollen und da ist ja seit kurzem auch dieses dlc zu sehen das ist dann noch nicht verfügbar aber es ist hier schon gelistet entwickler tsg arbeitet schon sehr lange an einer baureihe 420 hier wurde durch ein games com interview nun bekannt dass man wohl dieses fahrzeug in frankfurter main sehen soll aktuell gibt es ja nur eine einzige strecke die sich im großraum frankfurter main befindet und das ist die neue strecke kinzigtal bahn von frankfurt nach fulda der s-bahn abschnitt entlang dieser strecke der befahren werden kann ist recht kurz eine fahrt von offenbach oste bis nach hanau hauptbahnhof die dauert gerade einmal zwischen 12 und 14 minuten mit diesen älteren fahrzeugen vielleicht auch etwas länger daher halte ich das für eher unwahrscheinlich dass man für so einen kurzen abschnitt ein fahrzeug die lc herausbringt was man eben dann nur auf dieser strecke fahren kann ja es wäre auch auf münchen möglich aber für münchen wird es keinen fahrplan und keine szenarien geben das hat in erster linie bei diesem fahrzeug technische gründe da die strecke münchen augsburg noch nach etwas anderen vorgaben gebaut wurde als das heute bei heutigen tsw strecken der fall ist ja aber es wurde trotzdem in einem games com interview geleakt dass die baureihe 420 wohl im raum frankfurt zu sehen sein soll und daher kam mir die idee möglicherweise wird man an einer nittertal bahn 2012 arbeiten die zusätzlich noch den abschnitt von friedberg nach frankfurter main beinhaltet zum einen sind ab dem jahr im jahr 2012 und später ja die ganzen zug verbindungen die enden ja nicht mehr in bad philbel sondern die allermeisten fahren ja mittlerweile bis frankfurter main durch das heißt startpunkt wäre frankfurter main hauptbahnhof und dann geht es mit der regionalbahn über bad philbel bis nach klauburg stockheim außerdem sind die züge ja mittlerweile durch die ertüchtigung dieser strecke auch etwas schneller unterwegs und von frankfurt nach friedberg genauer gesagt von frankfurt gallus warte nach friedberg das wäre ein sehr langer s-bahn abschnitt wo im jahr 2012 auch wieder die baureihe 420 gut hinpassen würde eine fahrt mit der s-bahn von friedberg nach gallus warte die dauert ja um die 40 minuten pro strecke also 40 minuten hin 40 minuten zurück die komplette strecke dieser s-bahn linie die würde dann durch den frankfurter s-bahn tunnel gehen das wäre jetzt ein bisschen zu weit spekuliert ich denke realistisch wäre entlang dieser strecke von friedberg bis gallus warte ob man wirklich diesen frankfurter hauptbahnhof noch mal anfasst der ohnehin schon bei einigen für performance ja ich sage mal die performance sehr an schwanken bringt und den unterirdischen teil befahrbar macht das halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich aber mir kam wirklich der gedanke mensch eine nittertalbahn 2.0 die doch dazu die verlängerung nach frankfurt mitbringt und den s-bahnabschnitt von frankfurt am main bis nach friedberg das wäre doch durchaus möglich so könnte als neues fahrzeug die baureihe 420 dabei sein wo ja bekannt ist dass sie wohl für frankfurt kommen soll und andererseits eine moderne nittertalbahn mit einem desiru classic und additionellen fahrplan fahrten für die baureihe 218 ja soweit also mein aktueller gedankengang meint ihr dass dies wirklich die neue tsg strecke sein könnte also eine art nittertalbahn 2012 oder nittertalbahn 2.0 mit einer strecken erweiterung im süden nach frankfurter main hauptbahnhof und im norden von bad vöbel bis nach friedberg in hessen wo auch als neues fahrzeug die baureihe 420 dabei sein könnte schreibt dazu mal eure meinung in die kommentare tsg wäre ja nicht der erste entwickler der so ein projekt vollbringt rivet games veröffentlichte im jahr 2020 die englische strecke isle of wright und im jahr 2022 noch mal dieselbe strecke leicht modernisiert und mit einem neuen fahrzeug das heißt es hat diese praxis schon mal gegeben und ich kann mich nicht daran erinnern dass es bei der island line 2022 darüber dolle kritik gab und ja denkt ihr dass das durchaus auch eine möglichkeit wäre es wäre schon der krasse gegensatz mit dem desiro der pulsierenden metropole frankfurter main am großen frankfurter bahnhof zu starten und den zug dann irgendwo auf die nittertalbahn bis nach klarburg stockholm an den verschlafenen dorfbahnhöfen abzustellen wo sich nachts dann fuchs und hase guten nacht sagen es wäre eine strecke der krassen gegensätze von der kleinen nebenbahn der nittertalbahn bis hin zur hauptstrecke von friedberg nach frankfurt wo sich neben der s-bahn auch weitere regionalzüge die strecke teilen genauso güterverkehr und sogar ice es auf dem kurzen abschnitt gefahren werden können nämlich von friedberg bis nach frankfurter main hauptbahnhof ja hier steckt natürlich viele persönliche spekulationen drin also meine eine meiner einschätzung nach ist eine möglichkeit der neuen deutschen tsg strecke dass es eine nittertalbahn 2012 geben könnte die nicht nur modernisiert sondern auch verlängert wird und zwar nach frankfurter main hauptbahnhof und dazu könnte es den desiro geben den kennen wir ja schon vor der von der main talbahn und außerdem könnte es zusätzlich noch den streckenabschnitt von bad philbel nach friedberg in hessen geben was dann eine 40 minütige s-bahnfahrt mit der neuen baureihe 420 von friedberg bis nach frankfurt gallus warte möglich machen würde additionell wären gerade zwischen frankfurt und friedberg noch viele weitere fahrten möglich genauso wie auf der nittertalbahn mit der 218 und doppelstockwagen oder eben den n-wagen was haltet ihr von dieser these natürlich kann ich hier auch völlig falsch liegen und mir ein bisschen zu viel gerade zusammen fantasieren es kann genauso sein dass tsg beispielsweise an einer rübelandbahn arbeitet oder an einer ganz anderen strecke im raum frankfurt wie beispielsweise von frankfurt nach mainz und wiesbaden was auch toll für die 420 wäre also ich bin sehr gespannt auf eure kommentare und auf eure meinung zu dieser these ich danke euch erst mal ein bisschen fürs zuschauen freue mich wenn ihr im nächsten video wieder dabei seid hat bis dahin eine wunderschöne zeit euer felix der weise für euch jetzt hier mit es ich auch es ä ich wenn